Musik Dieses Video zeigt einen kurzen Spaziergang im Ortskern von Wehner. Wehner ist eine Kleinstadt in Ostfriesland. Musik Wehner ist die einzige Stadt der historischen Region Raiderland und erstreckt sich linksseitig der Ems. Musik Zu sehen sind unter anderem der Karkebogen, die Georgskirche und das Rathaus. Wehner hat jedoch noch viel mehr schöne Sehenswürdigkeiten zu bieten. Musik 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 die georgskirche wurde als backsteinkirche um 1230 erbaut und im laufe der jahrhunderte mehrmals erweitert die georgskirche erhielt im jahr 1462 einen chor im stil der gotik und 1893 ein nördliches querschiff so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020